Ein wunderschönen guten Tag. Heute ist ein ganz ganz besonderer Tag für mich, denn heute halte ich das erste Mal in meinem Leben mein eigenes Buch in den Händen. Feel Good kam ganz frisch aus der Buchdruckerei und ich bin sehr sehr stolz und sehr dankbar, dass ich mein Baby jetzt in meinen Händen halten darf. Ich habe über drei Jahre daran geschrieben. Erstmal so ein bisschen zu den Fakten von dem Buch. Es hat 392 Seiten, es ist im Hardcover gebunden, hat ein goldenes Lesezeichen und es erscheint über den Shima Medien Verlag. Am 6. März wird das Buch deutschlandweit veröffentlicht und ihr könnt es schon jetzt über meine Homepage order, könnt es dort bestellen, bekommt es dann von mir persönlich zugeschickt. Auf Wunsch auch gerne mit einer persönlichen Widmung im Buch und ansonsten könnt ihr es natürlich in jedem Buchladen in ganz Deutschland bestellen und euch dort besorgen. Ja und zu den Inhalten des Buches, es ist letztendlich eine Anleitung oder darf eine Anleitung zu einem erfüllteren Leben sein. Also es sind zwölf Wege zu einem erfüllteren Leben, zwölf Wege zu mehr Freude und Zufriedenheit und auch wie man seine Träume verwirklichen kann, wie man es lernen kann, seine Träume wirklich in die Tat umzusetzen. In der Essenz basiert jedes Kapitel auf einem Songtext von mir, von Spirit und und jedes der zwölf Kapitel ist in vier Bereiche unterteilt. Der erste Bereich ist immer so ein bisschen autobiografischer Natur. Das bedeutet, dass ich euch ganz viel von meiner persönlichen Geschichte erzähle, wie ich zu diesen Gesetzmäßigkeiten gefunden habe, was sie in meinem Leben verändert haben, was man für Fehler machen kann, was besonders gut funktioniert hat und ihr erfahrt natürlich ganz viel von mir in Bezug auf Beziehungen, persönliche Geschichten, Erfahrungen beruflicher Natur oder musikalischer Natur, gesundheitlich und was ich eben mit all diesen Themen gelernt habe und erfahren durfte. Das ist sehr magisch, sehr amüsant zum Teil und auch spannend, wie ich finde. Der zweite Teil in jedem Kapitel ist dann immer der Hintergrund zu dieser eigentlichen Thematik. Manchmal spirituell, manchmal etwas religiös angehaucht, manchmal quantenphysikalisch, um deinen Geist zu beruhigen, also deinen Verstand und manchmal auch eher medizinisch erklärt. Einfach, damit man die Hintergründe komplett verstehen kann. Auch hier habe ich es natürlich durchgehend in der Sprache meines Herzens geschrieben, damit es auch wirklich schön für dich zu lesen ist und tief geht und bei dir verankert wird. Der dritte Teil in jedem Kapitel ist dann immer ein Songtext, also der entsprechende Text von dem Album Spirit und der vierte Teil ist ganz besonders in Praxisübungen. In jedem Kapitel gibt es zwei Praxisübungen, eine zur Aktivierung der Fähigkeit und eine zur Vertiefung. Die habe ich ganz, ganz lange ausprobiert, und selbst ausgefeilt, diese Aufgaben. Und ich meine, dass sie sehr effektiv sind, um das Gelernte und das Verstandene dann sofort im Leben tagtäglich in seinem Alltag zu integrieren und es wirklich ganzheitlich zu erfahren und einsetzen zu können. Ja, und so sind ganz schnell knapp 400 Seiten zusammengekommen. Ich habe mich auch wirklich bemüht, es kurz zu halten. Und ich denke, dass es ein berührendes und bewegendes, schönes Buch geworden ist. Modern, poetisch, ja. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mich unterstützt und wenn du dir das Buch holst und natürlich, wenn es dir auch nur im Ansatz das gibt, was es mir gegeben hat. Das Wissen, das hier von mir verankert wurde, ist ja nicht von mir erfunden worden, sondern ich darf es einfach weitertragen in meinen Worten. Und wenn es bei dir auch nur im Ansatz das auslöst, wie in meinem Leben, dann hast du eine magische Zeit vor dir. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Hab einen wunderschönen Tag und feel good. Wir zeichnen es gut. Du wurdest dieser Welt gesandt, um deine Kräfte zu entfalten und bist auserwählt, um wahre Stärke zu erhalten. Trau dem Kompass deines Herzens, wenn du an das Ruder willst. Folg den Winden und du stets, wozu du dich berufen fühlst. Vertraue deinem Leben und den Zeichen auf den Wegen. Du bist von einem Ozean, von Reichtümern umgeben. Setz die Segel, um Erfolg an Erfolg zu reihen, dein Potenzial zu entfalten und um Stolz zu gedeihen. Lass dich von den Zeichen leiten und du wirst sehr schnell erleben, dass sich alle Einzelheiten wie von selbst ergeben. In dieser Welt umgeben dich mehr Dinge, als du sehen kannst. Jede Angst verfliegt, wenn du Vertrauen in deinen Weg erlangst. Du bist hier, um das Leben zu genießen, um zur Mündung der Bestimmung freien Lebensfluss zu fließen. Folg den Wellen der Erfüllung, lass dich von den Winden leiten und du wirst durch die Bestimmung Richtung Himmel gleiten. Worauf wartest du?